hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal hier ist wieder euer stürmi heute habe ich für euch mal was ganz neues und zwar habe ich mir hier im kiosk von den simpsons eine comic serie gekauft die ist auch von panini hier unten stets panini kollektion ja und dazu gleich mehr nach dem intro ja ich habe an meinem kiosk das hier gesehen und musste es direkt kaufen weil ich ein kleiner simpsons fan ben und ich dachte ich zeige euch das mal und falls euch gefällt dann kennt jemand daumen hoch geben ob ich noch mehr so videos machen soll und wir also ich wollte euch mal zeigen hier das hat 399 kostet aber das erste band nur zeige euch gleich wie es dann weiter geht hier sind das comic buch heft kann man es ja nicht nennen ich zeige euch gleich wie dick das ist hier muss ich mal reingucken ich weiß nicht was das hier ganz genau ist oder drehen wir das mal rum und hier sieht man dann gibt's entschuldigung glaube ich 33 bände oder sogar mehr und das nächste band kostet dann schon 8 99 aber das kommt ja nur alle 14 alle 14 tage würdet ihr auch so was sammeln wenn ihr so fans seid oder ist das übertrieben kümmern wir uns mal hier drum gucken wie ich das am besten abkriege weil bisher wieder festgeklebt wie ochs wie kann man das so kleben so ach das egal so dann zeige ich euch mal wie dick das ist das ist so dick wie viel seiten drin sind das sehen wir gleich mal schauen was das hier ist das kann man glaube ich so ausbreiten so schauen wir gleich was das hier ist so das hier könnte vielleicht wir vorne drauf irgendwie so cover sein aber keine ahnung so das bild gefällt mir aber ich glaube wenn ich das jetzt abziehe dann ist es kaputt ja hier ich jetzt hier dran ziehe es geht so also wie gesagt das ist auch von panini panini macht ja auch äh also verkäuft auch comics so dann schauen wir mal was das hier ist auf jeden fall haben wir hier mal simpson comics hier ist deine comic kollektion kollektions marke äh sammeln marke sammeln sie alle die sind besser als donuts so ist das wie ein aufkleber aha hier sieht so sieht dann die kollektion aus jetzt jetzt abonnieren unter www simpsons comics kollektion punkt e hier das lese ich jetzt nicht vor könnt ihr euch selbst durchlesen hier kommen wir gleich dazu mal gucken was das ist also das habe ich jetzt das hier wäre das nächste aber wie weit das dann geht ob es noch teurer wird aber es noch teurer wird dann kaufe ich natürlich nichts mehr hier geht es dann weiter hier simpson comic kollektion abonnieren sie noch heute und erhalten sie eine prämie nach wahl da kann man dann prämie 1 ein handbuch prämie 2 eine ein tag des eintrittskarte für die comiccon germany in stuttgart und die dritte prämie ist ein hochwertiges simpson donut kissen hier aber ich hätte mir das nicht abonnieren alle zwei wochen neu so das war es hier mit was haben wir hier hier steht dann drauf wann die nächste kommt das ist sehr gut die nächste kommt am 23 dritten an der band 3 band 2 am 9 dritten das ist nächste woche heute haben wir den dritten hier also das hebe ich mir mal auf weil hier steht drauf wann die nächsten kommen das ist schon mal sehr gut so was ist das hier simpson comics prämie sichern und jetzt abonnieren nö einfach nö kostet bestimmt genug jetzt billiger ist natürlich wie als wenn man es jetzt zwei einzelnen kauf dann ja was kann man hier machen gewinnen sie einen 100 euro amazon gutschein fragebogen nö so hier waren wir schon schauen wir uns mal das album an wenn man es unbeschadet auf bekommen kommt schon ich glaube ich muss mal ein messer holen jetzt so mal gespannt wie das von innen aussieht so sieht das dann ohne folie aus hier entsteht dann ein bild wenn man mehrere bücher hat von dem das ist von hinten hier steht jetzt 399 näher kostet dann noch mehr so dann schauen wir mal rein ein bisschen so leider kann ich nicht noch mehr raus zoomen weil das ist schon komplett raus inhalt ich glaube ich muss so machen ich zeige euch jetzt nicht alles ihr könnt es ja selbst euch selbst kaufen ich weiß nicht ob es jetzt noch gibt aber ich denke wir schon bis nächste woche so gehen wir mal schnell hier durch ich mal schauen weil ich das lese hier steht ja nochmal in kürze erhältlich bereits erschienen also ich will euch nicht viel verraten kauft euch es selbst und ich finde es cool aber es wird halt teurer das erste ist immer billig und dann aber sonst sind immer so kleine häpfchen und jetzt ist fast wie ein buch bin ich schon cool ja ich hoffe euch hat dieses video gefallen ist mal was anderes als fußball oder sonst irgendwas und gibt einen daumen nach oben und falls ihr noch kein abonnent seit können das kostenlos tun ich würde mich sehr darüber freuen bis zum nächsten mal euer stürme ciao